Hallo, mein Name ist Axel Dürkopp. Ich bin hier zusammen mit Alois Krittel vom ARIC e.V. Und wir sind hier zusammengekommen, um das neue Format, was wir entwickeln, Mein Weg zu KI vorzustellen. Wir sehen ganz klar, dass immer mehr KI-Anwendungen entwickelt werden, dass sich viele, viele Menschen für das Thema interessieren. Also, ab jetzt auf der Webseite hoou.de finden sich immer wieder Episoden als Video. Und als Podcast. Also, auf einen guten Start!